Ich bin der Wolf Wallendorf, komme aus Thüringen und lebe seit sieben Jahren in München, seit wir Pure Burrito machen. Ich bin der Alex Müller, bin seit sieben Jahren in München wegen Pure Burrito, komme aus dem Allgäu. Die Idee kam aus meiner Studentenzeit in Colorado. Da gab es die geilsten Burritos in Dänemark und irgendwann habe ich gedacht, müssen die nach Deutschland kommen. Er kam mit der Idee und seitdem, ja, rollen wir jetzt Burritos. Wir stehen zu 100 Prozent dahinter, weil alles frisch ist, das Konzept ist, dass wir zu jedem Produkt sagen können, was drin ist, wie es gemacht wurde. Gemüse natürlich wird immer jeden Tag frisch angeliefert, innerhalb von München. Bio-Fleisch zu verwenden. Bei uns legen wir wirklich Wert darauf, dass alles ohne Konservierungsstoffe, Zusatzstoffe gekocht wird. Und das schmeckt man dann. Eigentlich wie in den besten Restaurants, die es überhaupt gibt, aber halt Fast Food. Deswegen seid's gut drauf, liebt das Leben und esst gescheite Burritos.